Guten Abend zu Wer wird Millionär. Letzten Freitag gab es 500.000 Euro hier zu gewinnen und warum soll uns das heute nicht auch gelingen? Sollen wir einfach mal? Ja sicher Herr Joach. Ich bin ja den ganzen Weg aus Scharnoß nicht runter gekommen um Däumchen zu drehen. Ich würde sagen wir gehen direkt in die Vollen. Direkt in die Vollen. Machen wir. Auf jeden Fall. Dann probieren wir es einfach mit Frage 1 für 50 Euro. Wofür muss man beim Pay-TV zahlen? Das weiß ich bestimmt. Per Kilo, pro Gramm, je Pfund oder Zentner für Zentner? Ich habe ja jahrelang Premiere geguckt ohne was zu zahlen, weil mein Nachbar der crack die Karten. Aber mit Kilos und Gramm und so kenne ich mich von Haus aus gut aus. Und da würde ich einfach mal tippen, es ist das Programm. Mutiger Tipp. 100 Euro. Wenn Sie im Knast sitzen, sind Kriminelle definitiv entspannt, abgebrüht, relaxed oder gefasst? Also ich habe einen Kumpel, der musste eine Zeit lang einsitzen, weil die Bullen haben ihm was untergejubelt und hat zu Unrecht einen drangekriegt. Und ich habe den auch mal besucht dann und der war sowohl entspannt als auch relaxed. Gefasst war er aber auch und abgebrüht war er eh schon immer. Und deswegen glaube ich, ich werde den Telefonjoker brauchen. Sie müssen ihn nicht nehmen? Ja ich weiß, aber ich bin mir da unsicher und ich nehme den Telefonjoker. Dann wen hielten Sie für am ehesten bewandert? Ja, ich denke bei der Frage, da nehme ich den Toni, weil bei dem weiß ich, dass er selbst schon mal eingesessen hat und ich denke, der weiß das. Ja, hatte ich jetzt auch so das Gefühl. Ja, auf jeden. Ja, das machen wir. Ja, hoffentlich ist er da und hat nicht gerade die Backen voll. Sie wissen, was ich meine. Hallo? Günther Jauch hier, schönen guten Abend. Ja, hallo. Gib mir mal den Kuber. Gut, los geht's. Ja, hallo Toni, Kuber hier. Ich wollte dich fragen, wie sieht es aus bei dir? Kannst du mir weiterhelfen? Liegt bei euch da unten an Borsig Schnee heute? Ja Bruder, kommst du vorbei? Ich habe Frische hier bekommen. Ja, alles klar. Halbe Stunde. Ich bin bei dir. Okay. Ja, Herr Jauch. Wenn das so ist, dann nehme ich die 50 Euro und ich bin hier weg. Kein Wenn und Aber. Ich nehme die Kohle. Ab dafür. Ich gehe nach Hause. Jawohl. Dann machen wir das so. So schnell kommt man zu 50 Euro. Jawohl. Jawohl. So schnell kommt man zu 100 Euro, aber gut kommen können. Well down. Eracs ist ja so.